Das Fahrgastschiff Carmen Silva ist am Amtsgericht in Sinzig versteigert worden. Es war im März gesunken. Ein Bauunternehmer aus Andernach hat nach eigenen Angaben das Schiff ersteigert. Das Gericht will aber erst Anfang August entscheiden, ob der Mann den Zuschlag bekommt. Die Sparkasse Neuwied hatte die Versteigerung beantragt, weil der Besitzer des Schiffs einen Kredit nicht zurückzahlen konnte. Warum das Schiff im März im Hafen von Prolitzing gesunken war, das ist noch unklar.